Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Scribble It mit Tinte, Ray, bunte Ferb und mehreren Maschromen und heute geht's wieder Rated. Die Kritiker kommen heute wieder aus dem Loch gekrochen. Okay, ich bin dran. Nein, alle sind dran. Bin ich jetzt alleine, bin ich wieder zusammen. Oh geil ey. Bin ich allein, das war geil, ja. So gut. Oh, ich weiß die Reihenfolge nicht mehr, das ist wie beim Regenbogen, das ist total belastend. Wie viel Zeit habe ich denn überhaupt? Ah, ziemlich lang. Ah, ich weiß die Reihenfolge nicht mehr. Ist das schlimm? Es gibt das Punktabzug in der B-Note. Der Fader, sei mal bitte ruhiger, bitte. Ja, nein, ja. Fuck, wenn ich das jetzt ausfülle, was passiert? Oh, Gott sei Dank. Könnt ihr mir mal kurz erklären, was ihr grad seht? Jeder malt für sich und dann wird abgestimmt, wer am besten gemacht hat. Ah, okay und, ah, okay. Ja und wie lange habe ich Zeit? Ich fiel zu lange rechts oben. Nicht mehr viel, Mann. Das geht ja echt ewig. 48 Sekunden. Keine Ahnung, ey. Das ist doch scheiße. Das ist richtig übel. Mal voll hässlich, dabei habe ich eigentlich voll die Zeit der Welt, Alter. Ja, schon. Ich habe auch mega Zeit. Scheiße, Alter. Ja, wir haben ja gleich viel Zeit. Echt? Ich bin schon lange fertig, Mann. Ja, theoretisch schon. Wahrscheinlich auch. Aber jedenfalls zieht sich halt anders ein. Ach komm, da malen wir jetzt noch eine Pfanne drumrum. Das habe ich auch gerade gedacht, Mann. Aber es geht mal nicht. Es geht aber kein Spiel. Denkt ihr eigentlich gleich, oder was? Hä? Wieso? Speck kannst du auch in die Pfanne hauen. Was für einer, Alter. Simon, Alter. Kann man auf dem Grill machen? Ach, Simon, du wieder mit deinem kleinen Karrierten. Nee, kann man auf dem Grill machen, Mama. Kann man auf dem Grill machen. Nein, ich war noch nicht fertig. Ich auch nicht, Mann. What the fuck ist das denn? Was? Hä? Achso, Mäuse-Speck halt. Aber das sieht ja aus wie so eine vertrockelte Dattel oder sowas. Also, tut mir leid, Mann, aber da geht nicht, Junge, geht nicht. Da gibt es keine Gnade. Wenn da wohl Farbe dabei gewesen wäre. Man muss, finde ich, immer so bewerten, wie wenn man nicht wüsste, was das Wort ist. Ja, ja. Und dann... Null, Alter, come on! Ja, ich wollte eigentlich eins geben. Ich habe mich verdrückt. Ja, das ist schon nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Kriegt ihr nicht auch Hunger, wenn ihr das seht? Ja, schon ein bisschen. Ja, also, ich bin Bock auf Speck. Es sieht auch so aus. Ich bin Veganer, deswegen null Punkte. Speck? Was hast du mir gegeben? Nein, nein, das ist Soja-Basis. 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 10 Punkte! 10. Also, 10 ist es auch nicht. 10 ist fotorealistisch, ja. Ich dachte, wie es ist. Ich habe gar nichts gedrückt und es war zu lange. Boah, das sieht auch gut aus. Ich wollte keine 10! Ich wollte keine 10! Jetzt muss ich hier aber auch... Nee, das kann ich nicht machen. Sieht auch sehr gut aus. Ich habe leider erst nicht geguckt, was mir gegeben war. Aber egal. Kriegt ihr nicht Hunger? Also, ich kriege schon Hunger. Wow. Kriegt ihr nicht Hunger für den Scheiß? Esst mehr Tiere! Esst mehr Tiere! Ja, weil hier gibt einer nur... Ach, die Tinder rieche... Richtige, richtiger... Ich habe vorhin aus Versehen 10 gegeben, Mann! Oh, das sieht auch sehr gut aus. Ja, aber zur Kulturen, das ist ja schon so ein bisschen Borderlands-Style oder so. Da fehlt mir Claptrap, um das zu verstetigen. Ja, aber hey! Ich erkenne da... Aber deswegen... Ich bleibe einfach der Sache treu. Ich bin ein Buddy. Ich habe Mushroom 8 gegeben. Ich gebe Fabi 4. Das ist alles richtig. Das ist so schwer. Du hast mir 0 gegeben, ihr Mixer! Ich habe 10! Alter, ich habe 7 gedrückt! Danke, Mann! Mushroom! Ja, kein Problem, Junge! Weißt du, wie sie alle nur gegen mich spielen? Das ist aber falsch rum. Weiß ist definitiv nicht... Alter, ist euch schon aufgefallen? Ich habe zweimal schon was gedrückt und es kam eine andere Nummer einfach. Ja, bei mir auch. Bekam das jetzt auch. Bei mir war es immer richtig. Bei mir hat das auch immer gepasst, ey. Ich habe Pascal nämlich 0 Punkte gegeben, er hat mir einen Punkt draus gemacht. Und dann... Das ist schön. Danke! Danke! Ich gebe allen... Allen... Hier gebe ich nochmal 10, Alter, du Mondo! Die zwei letzten sind ja eigentlich gleich, würde ich sagen. Ne, ganz große Unterschiede. Ganz groß. Komm in den Botschafter! Ja, habe ich. Aber es ist leider nicht gewählt worden. Schade. Ja, ich habe was anderes gewählt. Was? Botschafter oder Botschafter? Du bist ja auch scheiße. Fuck! Falsch! Pass auf. Im Malen machst du das Ding größer, Alter. Perfekt, Mann. Ey, der ändert die Stifte nicht. Scheiße. Ey, man muss tausendmal auf die Stifte klicken. Ach, Simon. Einfach mal drücken, ey. Ja. Ganz besser drücken. Ganz besser drücken. Haben die nicht... Haben die auch so Augen wie eigentlich... Die haben Füße. Ganz viele Füße haben die. Keine Ahnung. Ja, das ist klar. Entschuldigung. Das ist klar, dass die Füße haben. Das ist logisch, aber... Gell? Also das finde ich auch. Ja, finde ich auch logisch. What the fuck, Alter? Was ist das denn, Mann? Kill it, Alter. Kill it with fire, würde ich sagen. Kann man da noch ins Bild reinzoomen? Geht das auch? Ne, geht leider nicht. Alter, zoomen, ey. Jetzt übertreib mich gleich. Entwickler, please. Zoom-Funktion, weißt du, dass man so ganz nah reingehen kann. Habe ich noch was zu besitzen? Merke ich auch mega die zittrige Hände, ey. Ja, meine Hände zittern heute auf den ganzen Tag. Oh, fuck me. Bestimmt der harte Entzug. Ist er denn zittrig? Ne, mehr Zeit habe ich nicht, fuck. Gern noch so einen Baum hin. Nein, die Zeit rettet. Nein, 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 lass mich den Steg noch mal an. Ah, scheiße. Dafür kriege ich vielleicht nur zwei Point. Ich mag lieber schwarz-weiß. Oh, das sieht schön aus. Alter, Pascal. Die lächelt ganz arg. Ja, was ist das denn? Riesenlächeln? Äh, sind ich bei Pokémon, ja? Ich find's cool. Was denn, man? Das ist ein Arbok. Oh, fuck. Arbok. Also, wenn ich vergleiche, was ich gemalt hab, würde ich sagen, ist das schon eine 10. Arbok. Komm, kriegst das. Kriegst sieben. Kriegst sieben. Sehr gut. Ich meine, seid ihr nur fünf, Alter. Fünf? Ich mache irgendein Video und ich fand, was die gemalt haben, Alter. Merkt ihr das, Pascal, von dir? Das ist eine Schlange von oben, Mann. Das ist so eine Süßigkeit zum Essen, Mann. Der Schlange ist lange, Mann. Der Schlange ist lange, Mann. Der Schlange ist lange mit Farbe und Augen. Was hat mir Maschum gerade eben... Nee, so fangen wir gar nicht an. Aber gesagt, okay. Der Maschum hat sieben gegeben. Ich hab sieben gegeben. Ich hab sieben gegeben. Ey, ich wollte nicht einer von den Asis. Du Asi, Alter! Ne Punkte gibt er mir. Jetzt gibst du zurück, Mann. Alter, du bist ein Pfützer, ey. So einfach nur. Ich hab ungefühlt. Du hast ja gemeint, ey. Okay, es ist immerhin mit Farbe, aber... Ja. Ich find's cool, Mann. Farbe, Mann. Aber das Onde sieht aus wie so eine Wasserpfütze, irgendwie. Spielen wir doch wieder zusammen, oder? Da fehlt die Räumlichkeit. Die kriegen jetzt nicht zusammen. Da fehlt die Räumlichkeit. Aber trotzdem, sieben Punkte... 2,5,5,5... Das muss schon sein. Warte, gehst du mir acht, Mann. Ja, 3,4. Wäre es bei mir gewesen. Aber es gibt keine Komma-Werte, Alter. What the fuck? Oh! Sogar mit Gras drumrum, Alter. Das ist gut. Simon, was hast du mir gegeben vorhin? Was? Ich? Ja, du hast auch... Simon, ich bin der Einzige, der mit dem die Augen an der Seite von der Schlange gemacht hat. Ja, Schlangen, seitliche Augen. Ja, warte mal, ist mein Meisterwerk kommt, Alter. Snake Returns, würd ich sagen. Ja, Mann. 6 Points kriegst du von mir. Snake Returns? Gab's gar keinen ersten Teil, sondern es geht gleich zu Snakes Returns. Ja, ja. Snakes Returns? Oh, der fuck, Alter. Was ist das denn? Ja, da sind Konturen drin, ey. Weißt du, was das ist? Das ist Dragorina. Dragorina. Wie hieß das Dragora? Das ist eine tätowierte Schlange ist das, Mann. Trattini. Trattini. Nein, die haben doch so... Die haben oben doch andere Farben und unten als sonst so. Und ich will eigentlich ein bisschen Kontrast so reinbringen und Dings. Aber die Assi-Tinte wieder nur 3 Points geklärt. Die Assi-Tinte. Die Assi-Tinte gebe ich jetzt nur noch 0 Punkte, ey. Die Assi-Tinte gebe ich jetzt nur noch 0 Punkte, ey. Oh, Scheiß. Ihr habt mir vorher 0 gegeben? Ich hab' ich gar nicht. Auf jeden habt ihr das. Ja, Gott sei Dank, ey. Ja, das war ja auch 0. Was hast du denn da gemacht? Eine Maus? Du bist doch mit 0, Alter. Ja, da unten. Das gibt denen aber nichts Recht, mir eine 0 zu geben, ey. Auf jeden gibt mir das Recht. Wieso kaufe ich jetzt Feuer? Ich wollte kein Feuer. Feuer ist doch scheiße, Alter. Ja, Feuer ist scheiße, weil Feuer brennt. Fuck, Alter. Dann mach ich halt das von vorhin nochmal, ey. Aber Feuer kann auch gut sein, wenn ich mir was zu essen machen will. Und hab' kein Herz. Na ja. Ja. Oder wenn ich grillen will. Ja, dann ist auch gut, ja. Dann ist gar nicht so scheiße. Feuer ist gut, wenn man so hässliche Bilder wie von dir sieht. Ach, fuck. Das ist schon krass. Aber nicht schlecht, ja. Der war gar nicht schlecht. Alter. Okay, das sieht ziemlich kacke aus. Mein Schau. Ja, das ist, das ist gut. Nein! Warum mach ich hier? Ach ne, geh weg. Nix blaues. Blau ist hier falsch. Wobei, so ne blaue Flamme. Ja. Gibt's schon. Gasfeuerzeug. 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 Gasfeuerzeug, Alter. Das ist, wenn's so richtig kalt ist, Alter. Kennst kein Fels hier oder was? Nein! Das ist so gemacht. Das ist zu, ey. Das ist schon kacke, ey. Fuck me. Fuck me! Hallo! Ah, ja. Was soll man dazu sagen? Nee, das kannst du auch nicht. Fuck. Was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Scheiße halt. Okay, gib mir jetzt die andere Farbe hier. Okay, das ist scheiße. Ich hätte es nicht machen sollen. Nein! Oh, was hab ich gerettet? Nein, ich hätte es lassen. Nein, ich hab es auch verstanden. Oh, gut. Ich konnte es nicht mehr machen. Wenn man mit Flammeerzeug am Ende noch hantiert. What? What the fuck? Was sind denn die rote Punkte da unten? Was ist das? Ohne die rote Punkte hätte ich echt noch, wäre ich echt noch dabei gewesen. Das ist eine Höhlenmalerei. Du bist auch so eine Höhlenmalerei. Ich hab null gesagt, also null, Alter. Was? Du hast mir vier gegeben. Ja, natürlich. Also ob ich dir null gebe? Ich bin doch kein Arsch, so wie du. Ihr habt mir vorhin auch null gegeben. Hab ich gar nicht. Jawohl. Ja, aber das war ja auch null. Hä? Also Feuer. Also ich find's gemütlich und warm. Wer hat das gemacht? Ja, das konntest du nicht. Ich weiß, ob mir wieder null Punkte gibt. Komm, hau ab. Nee, ich find das ist stark. Das ist stark gemalt. Finde ich echt gut. Ja, ja, pass auf. Du kommst zwei Punkte mal von ihm. Nee, das ist gut. Alter, sieben Punkte nur 10. Ich hab mir schon gemerkt, dass ich immer die meisten Punkte bekomme. Und ich denk immer, ich geb zu viel, äh zu wenig. Und dann bin ich trotzdem der, der am meisten gibt. What the fuck, Alter. Fört, Mann. Jetzt muss ich... Es ist der Wahnsinn. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ist das rote nicht eigentlich außen? Das ist der reine Wahnsinn, Alter. Ich weiß nicht. Da sind drei Feuer hintereinander. Natürlich. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Sorry, Mann, Alter. Ja, ich weiß, das war nicht so geil, Mann. Ich weiß. Wenn das andersrum gewesen wäre von den Farben her, wäre es gut. Das ist ein bisschen... Rebellenzeichen. Ja, Feuer. Wir wollen ja kein Flämmchen haben, ja. Ja, ja. Oh, Mann. Okay, das ist ne... Manchmal ist auch noch Rauch mit dabei. Ja, Rauch ist gut, deswegen kriegst du noch mal ein paar Points, Mann, dazu. Ja, das ist ne... Mehr kann ich... Mehr kann ich... Nee, das hab ich auch nicht gesagt, ja. Das hab ich auch nicht gesagt, ja. Das hab ich nicht gesagt. Also gar gnädig mit 6 Points, wie es aussieht. Warte, Tinte schon wieder. Ah, die Tinte wieder. Mit seinen 3 Points, Mann. Oh, Simon finde ich auch schön, oder? Nee. Das sieht auf jeden Fall eher aus wie von einem Feuerzeug eine Flamme als von einem... Ja, mehr Feuer als bei dir Feuer, Mann. Aber als ob... Ja, natürlich. Guckst du's doch mal an. Guckst du's doch mal an, hier ist superschönes Feuer, Mann. So, ich bin... Ja, sie Tinte wieder. Tinte regt 0 Punkte. Ey, ohne Scheiß, Tinte regt jetzt einfach von jedem 0 Punkte. Das hat er einfach verdient, ey. Fuck, was machen wir, Mann? Was? Ist alles dumm, Mann. Ah, Bergspritze. Jawohl. Ja, genau. Bergspritze finde ich gut. Bergspritze ist gut. Ja, finde ich auch. Bergspritze. Da ist auch eine Bergspritze. Okay, das ist ein bisschen arg. Oh, Mann. Wir haben ja Zeit. Oh, fuck, 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 fuck. Nicht den Fehler machen, alles... Nein, nicht ausfüllen. Da ist doch eine Lücke. Okay, ich seh es. Also ganz nah am Berg an der Bergspritze. Ich seh es. Fuck! Scheiße, Mann. Was ist tatsächlich jetzt ausmalen, du Affe? Ja. Fuck, Mann. Da, Fehler, ey. Ich muss das Mikro umstellen, ich weiß. Fuck, jetzt ist mir grad ein Detail eingefallen, aber ich hab da keinen Platz mehr für das hinzumachen. Ah, komm, ganz klein. Das geht, jawohl. Soll im Nachhinein ausfilmen funktionieren. Wunderbar, Mann. Fuck, Zeit. Das geht. Ja, das ist gut. Alter, wieso ist das Stift so dick, bitte? Nein, Mann. That's what she said. That's what she said, Alter. Neulich, aber im Toilettengang. Naja, also dafür glaube ich kriege ich kaum Points, Mann. Naja, ich hab keine Ahnung, wie man sowas so... Ah, das sieht schön aus irgendwie. Ja? 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 Aber aus Prinzip kriegt Pascal weniger Points jetzt, Mann. Aus Prinzip kriegt er null. Oh, das war ne gute Idee. Ich hätte... Man muss auch einmal allen sagen, so funktioniert die Welt. Ich war scheiße zu euch, also seid ihr scheiße zu mir. Das ist richtig, ja. Ja, verstehe ich. Fünf Points noch gegeben. War eigentlich noch guten Mittelpunkt. Ja, aber Ray macht's halt genau so, wie man sich das ja vorstellt. Ah, so. Oh, das sieht auch nice aus, Fabi. Das sieht auch stark aus. Dann muss ich jetzt ehrlich mal sagen, da war einer im Himalaya. Und man muss sagen, schau mal, das Kreuz da oben auf der Spitze. Das ist echt schön. Aber Fabi ist ja mit Pascal connected, also null Punkte. Ne, ne, ne. Also da bin ich ehrlich gesagt, einmal mal ab. Oh, Ray. Gönner. Oh, Ray. Aber Karma funktioniert's doch nicht. Du hast bei mir schon scheiße gebaut. Ne, ne, ne. Ja, Pascal, ganz ehrlich, du bockst mich in Dreck einfach. Ja, du mich auch. Du hast, Simon, was ist das denn? Ja, eh mal so. Liebe dich. Simon, was ist das? Mit Schnee? Bisschen. Ja, doch, also ich finde das schon ganz gut. Naja. Aber das ist keine Bergspitze. Hätte es schöner mal. Das ist eher so ein Berg... Bergplateau. Du musst ja das Relation zu einem Kreuz sehen. Bergplateau. Als jede Bergspitze spitz zuläuft, ey. Ja, stimmt schon. Hast du recht. Fuck. Schaut auf jeden Fall nicht meins mal an. Spitz, Mann. Oh! Aber die ist auf jeden Fall spitz. Die ist auf jeden Fall spitz. That's what she said. That's what she said. Aber so schlimm finde ich es gar nicht. Sie ist auf jeden Fall spitz. Ja, that's what she said. So schlimm finde ich es gar nicht, muss ich sagen. Es ist auf jeden Fall deutlich besser als Pascal Seins. Auf jeden Fall. Ja, nee. Viel besser. Hundertmal besser. Ja, ja. Also da muss ich schon auf jeden Fall... Also wenn du mir 0 gegeben hast... Das ist gut, das ist geil. Das ist auf jeden Fall eine 5, ja. Das ist auf jeden Fall eine 5, ja. Das ist auf jeden Fall eine 5, ja. Oh, okay. Das ist richtig schön Kindergarten-Style. Das ist schön. Ist doch scheißegal. Es geht darum, eine Bergspitze zu machen und fertig. Ja, ich sag doch gar nichts. Das ist schön, ey. Ich hätte es auch blau machen sollen, Mann. Fuck, gute Idee, Mann. Nein. Du hast mir 0 gegeben, ich müsste ja... Ich kann auch 0 geben. Ja, weil du die ganze Zeit... Ich hab nur das angezogen, was mir gefehlt hat, ja. Ah, halt die Backen und nimm die 7 und halt die Schnauze. Ich hasse dich. Sechs Punkte nur. Alter. Kapitalismus, Alter. Alter. Naja, keine Ahnung, Mann. Ja, okay, war klar. Ich hab Kapitalismus gewählt. Da denken sie wieder alle gleich. Oh, scheiße. Fuck. Ja, scheiße auch, ja. Fuck. Fuck, scheiße, fuck. Ach, mach doch die andere Frage. Nein, komm, mach zurück wieder, du Idiot. So, machen wir es so, komm. Alles ausfüllen. Zack. Alles so konzentrated, oder wie? Ja, ja. Läuft bei euch. Da kann man jetzt glänzen. Ja, Mann. Da kennt man sich aus. Oh, fuck ich, Idiot, ey. Jetzt machen wir eine andere Farbe. Alter, ich hab gesagt, andere Farbe. Danke. Das funktioniert bei mir auch die ganze Zeit nicht so richtig. Jaja, das ist noch nicht richtig. Muss halt so doppelklicken, wie damit dann geht. Ja, das wissen aber die Entwickler. Ah, okay. Ähm. Fuck, Alter, ich bin einfach so dumm, Mann, was sowas angeht, Mann. Ja. Fuck, für kurz Zeit nur noch? Ja, aber mir auch viel zu lange gebraucht. Das ist kack gemacht. Ich hab's richtig hart verkackt, Alter. Was ist das? Okay. Und hier sehen sie Tinte. Pascal, weil Tinte... Ich weiß nicht, was das ist, Alter. Bei alljährlichem Einkauf von frischem Gemüse. Dafür hast du zu lange gebraucht. Auf der einen Seite sieht's aus wie kein Mist, dann sieht's aus wie ein Totenkopf. Ah, ich hab Schmerzen vom Lachen als Maul jetzt. Schreiben ist nicht erlaubt. Schreiben ist nicht erlaubt. Schreiben bei dem geht es. Bei dem darf man schreiben. Nein, schreiben ist nicht erlaubt. Ne, schreiben ist nicht erlaubt. Natürlich. Ne. Schreiben kannst du echt nicht, aber es gibt dumm. Fickt euch mal. Natürlich darf er hier schreiben. Du hast es geschrieben, das ist verboten. Nein. Natürlich. Es muss so sein wie beim normalen Scribble-It. Nein. Nein. Quatsch. Das ist wirklich schlecht. Doch. Muss es. Ich bin der Dingersteller. Ich sag die Regel näher. Aber ganz ehrlich, das ist ja wohl nicht besser als meins, Alter. Ich bin mehr geil als du, Mann. Ich bin mehr geiler. Ich bin zweimal geil hoch drei. Aber ich... Das finde ich jetzt gut, Mann. Was? Was? Ich hab zwei gekriegt. Ich hab zwei gekriegt. Die zehn Punkte wieder raushaut. Ich hab zwei gekriegt. Alter. Oh. Das ist gut. Ich hab zwei gedrückt. Das ist richtig nice, Mann. Jetzt muss ich ja fast zehn geben. Ich finde das aber genauso gut wie von Simon. Ich finde das jetzt nicht besser oder schlechter. Ich finde das besser. Was hab ich dir gegeben, Simon? Zehn, oder? Acht oder sieben? Ne, acht nicht, aber sieben, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab nur noch zehn Punkte gewollt. Ja, danke, danke, danke. Da kriegst du Points, Junge. Da kriegst du gute Points, Mann. Ich hab jetzt schon so, also mindestens dreimal eine Nummer gekriegt, wo was komplett anderes muss. Alter, what the fuck, Mann. Ist der Typ in der Mülltolle? Nein, der steht dahinter. Das hab ich in den letzten 30 Minuten gewollt. Dafür kriegst du Points, Mann. Dafür kriegst du Points, Mann. Dafür kriegst du Points. Ja. Der Typ sitzt im Mülleimer. Dafür kriegst du auf jeden Fall. Der sitzt im Mülleimer. Das ist halt hinten, wie er weggeworfen wird. Ja, Mann. Ja, Mann. Dafür geb ich zehn, Alter. Dafür geb ich zehn, Mann. Ja. Oh nein. Ich bin vierter. Nein, vierter. Scheiße. Endlich mal. Sehr schön, mit Abstand letzter. Glückwunsch. Glückwunsch. Nein. Gut gemalt, gut geraten. Gut verteilt und so. Ich geh jetzt erstmal. Ich geh jetzt erstmal. Ich geh jetzt erstmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss.